Und Leute strömen zu Tausenden und zig Abertausenden und schauen sich den Film an über Jesus Christus, The Passion of the Christ. Ohne, dass sie verstehen, dass es hier um eine merkwürdige Verdrehung geht, wo gut böse wird und böse gut wird. Wenn wir das ein bisschen näher betrachten, dann werden wir das schon sehen. Es ist ja tragisch, dass die Evangelikalen diesen Film als die Produktion über das Leben Jesu verstanden haben. Naja, Mel Gibson, wir kennen ja seine Beziehungen, ihr kriegt da einen Ehrendoktorstitel von der jesuitischen Loyola Marymount Universität. Und man kriegt so einen Ehrendoktorstitel nur für ein gutes Werk, welches man für das System tut. In diesem Film wird Jesus zum Bösen und das Böse wird das Gute. Und wir schauen mal. Zachariah Kapitel 10 Wir lesen Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Also um wem geht es denn hier? Diese 30 Silberlinge, das geht um Jesu. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihm dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Bruderschaft aufzulösen zwischen Judah und dem Haus Israel. Da sprach der Herr zu mir, nimm dir wiederum Geräte eines törischen Hirten. Also der erste Hirte, Jesus Christus, wird geleugnet. Sie wollen ihn nicht. Sie verkaufen ihn für 30 Silberlinge. Und Zachariah bekommt die Botschaft, rede über einen anderen Hirten. Jetzt werden wir über diesen Hirten reden. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Fleisch des Gemärterten frisst und ihre Klauen zerreißt. Also hier kommt ein Hirte, der Israel nicht liebt. Ein Hirte des Verderbens. Wehe dem nicht nutzigen Hirten, der die Herde verlässt. Das ist nicht Jesus Christus, das ist der andere. Das ist derjenige, den man bekommt, wenn man den wahren Hirten verachtet und nicht akzeptiert. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Also bei welchem Hirte soll das geschehen? Bei dem schlechten Hirten. Der soll das rechte Auge verlieren und der rechte Arm soll verdorren. Jetzt schauen wir mal diesen Film an. Im größten Teil des Filmes ist das rechte Auge von Jesus Christus total zugeschlagen. Er sieht also nur mit dem linken Auge. Er ist ein Einäugiger. In den Vereinigten Staaten, das CFR, Council of Foreign Relations, Amt für Auswärtige Angelegenheiten, hat ja ihren Christus auch nur immer als Einaugigen und nackt. Total nackt. In diesem Film, am Ende steht Jesus auch da, total nackt. Aber die Bibel sagt nicht, dass er am Ende nackt war. Wir lesen in dieser Webseite, Jesu Arm wird ausgerenkt, damit seine Hand zum Nagelloch reicht. Damit sollen seine Arme eigentlich immer voll ausgestreckt und gerade sein. Trotzdem sackt sein Körper bei fast allen Aufnahmen nach vorn, sodass sein Arm fast einen 90-gradigen Winkel bilden. In anderen Worten, der rechte Arm und das Auge von diesem Messias ist vernichtet. Blavatsky schreibt, Der Teufel wird von der Kirche jetzt Finsternis genannt, wogegen die Bibel ihn Sohn Gottes nennt, siehe Hiob, den hellen Morgenstern, Lucifer, siehe Jesaja. Es steht eine ganze Weltanschauung von dogmatischen Ausmaßen hinter dem Grund, warum der erste Erzengel, der den Tiefen des Chaos entsprang, Lux-Luzifer genannt wurde. Der Sohn der Morgenröte, beziehungsweise das manvantarischen Morgengrauens. Die Kirche veränderte ihn zu Lucifer oder Satan, weil er höher und älter als Jehova ist und dem neuen Dogma geopfert werden musste. Also das ist esoterische Lehre. Esoterische Lehre dreht alles um. Gut wird böse und böse wird gut. Und Satan wird Christus und Christus wird Satan. Nach der Legende waren da zwei Söhne. Nach Okkultismus war Lucifer höher als Jesus Christus. Wir werden das weiter in den Hollywood-Filmen sehen. Noch ein Zitat von Blavatsky. Sie schreibt, Jehova ist esoterisch als Elohim, auch die Schlange oder der Drache. Also der Gott der Bibel ist die Schlange, ist der Drache, ist Satan. Der Eva versuchte. Und der Drache ist ein altes Symbol für Astralicht, das Urprinzip, nämlich die Weisheit des Chaos. Also gut wird böse und böse wird gut. Die Bibel sagt aber, wehe dem, der Gutes böse nennt und böses Gutes nennt. In diesem Film erscheint Satan, aber es ist ein weiblicher Satan. Und er hat das Kind auf dem Arm. Und dieses Kind, jetzt, wer ist Satan nach dem Okkultismus? Christus, denn gut wird böse und böse wird gut. Und wie sieht dieses Kind aus, welches Satan in der Hand hat? Komm, wir schauen den Film mal an. Ein haariges Baby? Schrecklich aussehen? Ein weiblicher Satan? Und ein schreckliches Grinsen? Sind da noch Szenen in diesem Film, die alles verdrehen? Mel Gibson sagte im Christianity Today, ehrlich gesagt, war ich erstaunt, wie das evangelische Publikum diesen Film mehr als jede andere christliche Gruppe mit offenen Armen aufgenommen hat. Erstaunlich deswegen, sagte er, weil der Film so marianisch ist. Gibson bezeichnete sie als gewaltige Mitlöserin und für Sprecherin. Also der Film geht eigentlich über Maria und gut wird böse und böse wird gut gezeichnet. Und dann der reuige Schecher am Kreuz trug ein braunes Skapulär, wodurch man das Fegefeuer überspringen kann. Aber nach katholischer Lehre ist dieses Skapulär nur für diejenigen, die durch Maria in den Himmel kommen. Also die Prozession folgte exakt den Stationen des katholischen Kreuzweges und die fünf schmerzhaften Geheimnissen des Rosekranzes. Und dieser Schecher hat dieses Zeichen um sich, dass er Maria gehört. Nirgends in der Bibel lesen wir so etwas und noch etwas Interessantes. Jesus sagte Jesus am Ende, es ist vollbracht. Statt es ist vollendet, so die King James Übersetzung, wurde nach Roms Ansicht am Kreuz die Eucharistie vollbracht. Die Eucharistie, das Sakrament unseres durch Jesus am Kreuz vollbrachten Heiles, ist auch ein Lobopfer zur Danksagung für das Weg der Schöpfung. Das sagt die katholische Kirche. Also das Opfer soll ständig sein. In der jesuitischen Übersetzung, Dewey Reims, sagt es, it is consummated. Das ist, eine Ehe ist vollbracht. Aber die King James sagt, it is finished. Es ist abgehandelt. Es ist fertig. Das Opfer Christi war vollkommen. Nicht in diesem Film. Es folgt die jesuitische Lehre. Johannes 19, Vers 30. Da steht die Dewey Reims Übersetzung. Jesus therefore, when he had taken vinegar, said it is consummated. Vollzogen, vollbracht, durchgeführt. Und die King James Version, it is finished. Johannes 19, Vers 30, in der Schlacht der Bibel, Als nun Jesu den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Im Deutschen kommt das nicht so hervor. Aber im Englischen sind die Übersetzungen sehr genau, was dies betrifft.